Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Walking Dead. Und gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Ah, schön viel Essen, ha? Haben wir hier noch irgendwas anderes irgendwie? Nö, gut, dann gehen wir durch die Tür. Woah. He goes back there and they find out we're down here. Are you from Crawford? They don't lie to me. I'll know. Where else can he be from? Everywhere else around here is dead. I think you better start talking. Came here with a small group hoping to find a boat. I just want to get out of here. How about you just let me go? Ain't no boats around here. Crawford took everything. Yeah, I heard. You can't trust him, Vernon. You can't let him leave. What do you want me to do? Shoot him in the head? Why not? Be more of a mercy than anyone from Crawford ever showed us. Think, Vernon. What do you think they'll do if they find out we're down here right under their feet? Dammit. You're right. I'm sorry, friend. Can't take the risk. I'm not from Crawford, but I saw what they did up there. It made me sick. I'm not like them, and I don't think you are either. I think you're a good man. Keep back, or I swear I'll shoot. I told you he's lying. He is one of them. Kill him before he kill us. Wow. Hey, how was that with that? I'll try to talk with him. Who are you? It's alright. It's okay. I don't want any trouble. Neither do we. Which is why you'd do well to turn around and leave. Right now. Look. I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. If he goes back there and they find out we're down here. Are you from Crawford? They don't lie to me. I know. Where else can you be from? Everywhere else around here is dead. I think you better start talking. I'm not from around here. I'm from Athens. Grew up in Macon. I have a brother in Macon. You were there? How was it? As bad as here? Worth. I'm sorry. You can't trust him, Vernon. You can't let him leave. What do you want me to do? Shoot him in the head? Why not? Be more of a mercy than anyone from Crawford ever showed us. Think, Vernon. What do you think they'll do if they find out we're down here right under their feet? Dammit. You're right. I'm sorry, friend. Can't take the risk. Look. Don't want to do this. Let's talk, okay? What's to talk about? You won't even tell us who you are. My name is Lee. I'm a history professor. I don't want to die today. And I don't think you want to kill me either. Don't. Don't come any closer or I'll shoot. Come on. Let's just talk about this. Vernon, what are you doing? Shoot him! Nobody needs to get shot. Just take it easy. It's alright. It's okay. Vernon, what the hell are you doing? Vernon! Relax. I'm not here to hurt you. You're really not from Crawford? No. I'm really not. Well, we are. Or were. We got out of there when they started sealing up the place. You know, started weeding out the sick and the old so the perfect survivor society wouldn't be threatened. No room for weakness or vulnerability in their little master race. You don't look that old. So, you're sick? Were sick. We're all members of a cancer survivors group that used to meet here at the hospital. We're in remission. But that wasn't good enough for Crawford. They'd already rounded up five of us before the rest of us managed to hole up and hide from them down here. This old basement's been abandoned for years. What is this? A morgue? Yeah. Irony's always high on my list when I'm looking for a place to survive. How did you find your way down here? A few of us got boxed in by walkers up on the street. Came down here trying to get away. Now I just want to get out of here and get back to my own people. Well, that sewer system you came through runs all over the city. It'll take you wherever you want to go. Those sewers are like a damn maze. Any chance you could help me find my way back? Look, I'd like to help you. But we've all got our own problems. Two of our group are sick and need constant care. And I'm the only doctor here. Besides, why should we help you? Look, I'm sorry if I scared you. I just want to get back to my people. Back to Clementine. She's your daughter? No. She lost her real parents. I'm doing what I can. You're not seriously considering going with him. It's all right, Bree. I had a daughter too. Lost her in the first days. I'll be damned if I'll just sit back and let that happen to someone else. We need you here. Don't worry. I'll be back before you know it. Let's go. Ma'am. Do you think I could just say it in the middle man. What? Oh. Oh, yeah, I could do that. Oh, no. Oh, thank you. Oh, that's all right. Oh, was that means to me? Clementine? Clem? Molly? Oh, hey, you made it back. Who's this? He didn't tell you about me? Understandable, I guess. I'm the one who put that beating on him when he tried to jump me back at the river. Who's the fossil? Where's Clementine? She's around here somewhere. Relax, I got her and Kenny both back safely. You're welcome, by the way. I think you have something that belongs to me. Ha, ha, mädel. Du hast ne Attitude. Christa, what's wrong? It's Omid. He's gotten worse. Much worse. We have a man wounded. Who's this? This is Vernon. He's a doctor. Oh, thank God. Could you take a look at him? You have to help us. Hey. Please. Nicht so aufdringlich. I'll see what I can do. Take me to him. Na, bist du schon Zombie? You're going to be all right. Lee brought a doctor. All right. Let's take a look at him. I work better without an audience. I'm sure you have more things of your own to attend to. Ja, ich wüsste gerne, wo Clementine ist. Clementine. Clementine? Na, wir sind im oberen Stock gelandet. Bedroom door. Da sind wir gerade rausgekommen, oder? Da werden sie uns wahrscheinlich gleich wieder rausschmeißen. Everything okay in there? We're fine. Just leave us alone. And let the doctor work. Wahrscheinlich ist er schon infiziert. Naja. Dann schauen wir mal ins Badezimmer. Ins Badezimmer. Clementine. You're here? Clem? Hmm. Hmm. Ain't got time for that. Hello? What are you doing? Oh, you know. Well, just poking around. You won't find anything. We already searched the place. You'd be surprised what people miss. Trust me, I've been doing this for a while. Where's Clementine? Don't ask me, I'm not her keeper. Hey, do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? Last I saw she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with them. Why don't you go bug them? Yeah, I'll do it for a while. I'll do it for a while now. I don't care about that. I just want to find Clementine. Draws. Molly. Clementine, are you up there? F**k, where could she be? Nein, du siehst nicht da draußen. Clem? Clementine? Clementine, bist du hier? Where is she? Clementine's drawing, huh? Clem's drawings, but where is she? Clem, you in here? Hmm... Clementine? Interessant. Somewhat? Don't see her anywhere out there. No walkers either, though. Oh, das ist doch ne gute Sache. Kann ich das Sofa... Ich habe Zeit, um später zu resten. Es sieht nicht aus, wie sie hier ist. Dann gehen wir mal nach unten. Clem in time! Komm raus, bitte! Keine! Oh, hey, du hast es zurück. Good job. Good job! What the hell do you think you're doing? What does it look like? Where'd you get the bottle? Found it. You wanna throw down again, like back on the train? Cuz I fight better when I'm shit-faced. Hey, take it easy. I think you've had enough. To hell with you! Getting wasted's not gonna help anyone. Yeah? Well, what is? We are fucked! Molly said, there's not a single boat left in Savannah. No way out. We got walkers all around us. That crazy fuck on the radio messing with us. Hell, if now ain't the time for a drink? Das Kenny, was trinkt, ist eine Sache. Doesn't look like she's in here. Doesn't look like she's in here. Clementine! Where are you? Was ist denn auf dem Tisch? Not in here. Clem? Huh. Ich gehe gleich nach hinten, jetzt gucken wir jetzt noch in den Raum hier. Das ist nicht gut. Okay, wenn sie da nicht ist, da nicht und da nicht. Reden wir mal kurz mit dem. Have either of you seen Clementine? Damn Defino. Gotta be around here somewhere. Ben, how did Clementine sneak out of the house? Hey, don't put all that on me. Omid took a turn for the worse and Krista asked me to help. I'm sorry, I'm doing the best I can here. She was frantic and things got kinda crazy. I told Clementine to stay put. What else could I do? That's not good enough. Whatever. Don't give me that whatever shit, just tell me where she is. I think she went out to play in the backyard? On her own. With no one watching her? Man, will you get off my back? She's fine out there. She'd better be your to your ass. Der Typ ist schon ganz schön dämlich. Clementine? Clementine! Clementine! What the hell happened back here? Hä? Hä? Ist sie da drin? The door is covered in holes. I don't think anyone came in there. Ja, aber... Ich mein, an der Seite reinzuklettern ist doch ziemlich einfach. Hat man doch gesehen. Was machst du da drin? Explorieren? Und schau, schau was ich find! Was hast du da drin? coole sache und da so viel glück muss man es mal haben so was nennt sich wohl hoffnung also dass ... Yannisiä ... ... ... ... ... ... Krista, wie hältst du das? Ich bin okay. Vernon hat was er für Omid gemacht. Aber er hat eine wirkliche infekte, und er hat einen hellen Fever. Ich bin Angst, wenn wir ihn nicht mehr mit ihm bekommen haben. Will du nicht mehr mit dem Pfeifen? Du machst alle nervös. Warum bist du hier denn? Hey, wenn du dein Freund wirklich kann das Boot arbeiten, du hast mich mit dir als Payment für die Verlangen. Ich denke, das ist fair genug, nicht wahr? Will? Will? Will du die gute oder die schlechte? Wir müssen die schlechte 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 schlechte. Die schlechte schlechte ist, dass sie uns nicht in die Form von der Sie in der Sie in derzeit ist. Die Gas-Tank ist empty und die Batterie ist tot. Also, was die gute schlechte? Das ist alles. Das ist alles, was sie braucht. Ein Gas und eine Batterie. Außer dem, sie ist gut zu gehen. Wie soll man das alles aufnehmen? Wir müssen zurück nach der Straße gehen und sehen, was wir finden können. Das wird nicht funktionieren. Crawford hat alles und sie hat es in ihre Wallen gebracht. Sie haben alle Gas-Tank geprüft, alle Batterie verletzten. Es gibt nichts in der da, du hast das für dich selbst gesehen. Sie ist richtig. Na, was ist das das Crawford? Sie haben alles, was wir brauchen. Vielleicht sollten wir da versuchen. Jetzt, warte mal. Wir müssen da versuchen. Wenn es die Leute in dieser Stadt gibt, die immer noch живet sind, die immer noch haben. Wie kann es das tun tun? Wie kann es das tun? Ich glaube. Sie wissen, diese Leute nicht. Ich weiß. Sie sind mit einem Mann verletzten. Sie können sich ein Wunderschön auf den Kopf legen. Sie sind nicht genau die Kinder mit den Händen abgerissen. Was ist das, was wir hier sprechen? Das Schlimmste? Aber ich weiß nicht, was andere Auswahl wir haben. Und wie genau wir das tun? Weil, von dem ich gehört habe, das Ort ist nicht ganz freundlich für die Outsiders. Da muss man einen Weg in, dass wir da nicht entdeckten können. Vielleicht gibt es ein Weg. Ich weiß das Wasser-System, das unter Crawford läuft, wie die Backen meiner Hand. Ihr dürft euch nicht ein Map haben. Ja, eigentlich. Ich denke, ich kann uns durch, damit wir über den Perimeter gehen und direkt in den Zentrum, wo sie sie behaupten. Wir kommen direkt unter ihnen, nehmen sie mit Überraschung, holen sie was wir brauchen, und rauskommen, bevor sie sogar wissen, was sie hat. Das ist eigentlich nicht die schlimmste Idee, die ich schon gehört habe. Ich meine, es ist knapp, aber ich weiß nicht. Ich habe es gedacht, aber ich habe es nicht gedacht. Aber ich denke, wenn wir alle zusammenarbeiten können, können wir das wegziehen. Und was wollen wir für alle diese Hilfe, die du uns hast? Crawford nicht nur haben, was du brauchst für dein Boot. Sie sind auch sehr gut mit Medikationsmitteln. Medikation, die meine Leute nutzen können, wie du sie können. Wir können das tun. Wir müssen das tun. Also, es ist entschieden, dann? Wir gehen nach Crawford? Werden jemanden haben einen Problem mit diesem Plan? Denn wir brauchen alle von uns, um das wegzunehmen. Mann, ich weiß nicht. Ich weiß nicht über dich, Junge, aber ich würde lieber eine Chance machen, etwas zu tun, als einfach zu sitzen und warten, um zu sterben. Das Boot da draußen ist eine Beobachtung. Ich muss nur ein bisschen weiterentwickeln. Bist du in oder aus? Komm, sag out. Komm, sag out. Wir müssen heute Nacht, unter der Koffer des Nachts gehen. Ich lasse meine Leute wissen. Ich gebe euch alle eine Chance, um sich vorbereiten. Ich werde zurück, vor der Mittwoch. Sei vorsichtig. Das ist so, dass ich immer noch leben bin. Ich verstehe deine Wohnung. Wie lange hast du da gewesen? Lange genug. Ist es gefährlich? Was wird gefährlich sein? Crawford. Ich verstehe dir, Clem. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Clem. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich möchte weiteres leben. Ich weiß nicht, Clem. Ich glaube, ich muss sich vorbereiten. Sie sagten, dass wir uns alle tun haben. Und Sie sagten, dass ich eine große Hilfe bin, weißt du? Molly sagte, dass Crawford das einzige Ort in Savannah ist, die noch hat Menschen. Das bedeutet, dass es dort meine Mutter und Vater sind, weißt du? Ich glaube, dass ich sie in Crawford findest. Warum nicht? Weil sie gute Menschen sind. Und Crawford ist ein schlechtes Ort, um schlechtes Menschen zu sein. Ich glaube, dass sie in einem Ort bleiben würden. Wie wissen Sie, dass sie gut sind, wenn Sie sie nie kennenzulernen? Na ja, sie haben dich gegründet, nicht wahr? Ich komme nicht mit dir? Womit ist auch nicht der beste Platz für dich. Hallwater! Okay, du kannst kommen. Aber du musst dir versprechen, dass du ruhig bleibst. Und du machst genau was du dir gesagt hast, die ganze Zeit, dass wir da sind. Okay, ich werde bereit sein. Ah, Mann. Da habe ich sie wenigstens im Auge. Das wird Christa bestimmt nicht gut gefallen. Aber was soll man machen, ne? Schau mal, was ich in der Garage gefunden habe. Hachet, Hacksaw, ein paar andere Tools. Das könnte in diesem kleinen Break-In kommen. Schön. Kann ich mit dir sprechen? Was ist das? Ich habe noch einen Blick auf das Boot. Sie ist eine 30-Footer. Also? Also, wir werden ein Problem haben. Wir müssen alle wieder zurückkommen. Wir müssen alle wieder zurückkommen. Wir werden nicht mehr Platz für alle. Was sollst du sagen? Ich habe dich nur ein Hinweis auf, ist alles. Ich dachte, du solltest du wissen. Wer ist das? Das ist Brie. Sie kann uns helfen. Wie ist das? Wie ist das? Ich war eine Studie, in der Schule, in der Crawfurt hält. Ich weiß nicht. Ich weiß die Ausstellung. Mit ihrer Hilfe, wir gehen und gehen schneller. Wer hat einen Probleme mit dem? Ich weiß nicht. 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 Es ist auch eine gute Idee. Sie kommt. Geh mit ihm. Du hast den Mann gehört. Lass uns rausgehen. nicht mehr mit dem Weg. Ja, meinst du jetzt ein Schlimmeres überlebt, oder? Oh, ich krieg die Mini-Axt. Na super. So ein Clawhammer wäre mir lieber gewesen. Aber damit muss man wohl leben. Das soll es sein sein. Wir sind gleich unter dem Zentrum von Crawford. Die alte Schule sollte direkt über uns sein. Okay, Leute. Das ist es. Erinnern den Plan. Wir bleiben, wir bleiben, bleiben bleiben, bleiben bleiben und bleiben bleiben. Wir finden, was wir brauchen, und wir kommen zur Hölle, bevor jemand weiß, dass wir da sind. Und diese Sache, um zu bleiben, geht es für dich. Ich kann es nicht gut sehen, mit dem Cover auf. Los geht's. Wo ist jeder? Es sollten die Händler kontrollieren. Was? Sind Sie entzündet? Es ist einfach nur verrückt. Ich denke, ich sehe einen, da drüben, vor der Tür. Es kann doch nur schief gehen. Das ist ein Zombie, ja? Soviel zu ihrer perfekten Gesellschaft. Gesellschaft? Was ist ein Walker hier drin? Geh rein, schnell! Oh nein, komm! Ha 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 ha! Dudum! Gott, Gott! Sind Sie uns gesehen? your guess is as good as mine what the hell happened here i thought this place was supposed to be secure what always happens i guess in the end the dead always win oh man you're so screwed no this is good bernon is right we can deal with walkers easier than our guards i agree so long as we don't let them box us in we can still do this the plan hasn't changed the plan hasn't changed every time walkers show up the plan changes do we have any idea how many of them are out there no you want to do a head count or do you want to get what we need and get the hell out of here kannst gerne dableiben ben und ein bisschen zählen es stört mich überhaupt nicht mag schon sein aber es ist normal wie es ist ja da sind wohl ein paar walker drin ich will die tür nicht so unvorsichtig öffnen nur so das kleine idee das ist nicht das ist eine richtige raiding party hier armory armory figures das ist eine gute frage hm gute frage ich will es auch sehen ich will es auch sehen das war eine lüge viel gut ich will es auch sehen ich kann es auch sehen ich kann es nicht ich kann es nicht ich kann es auch sehen es ist Schaue, ob du irgendwelche von den Geräten benutzt hast, um diese Armour-Tür zu öffnen zu können. Wir müssen uns hier raus rausziehen. Ich gehe für die Medizin. Ich komme mit dir. Ich weiß, was zu nehmen. Okay. Ich glaube, das bleibt mir, um uns eine Batterie zu finden. Ich gehe mit dir. Schau dir zurück. Okay, wir haben einen Plan. Jeder, beantworteil. Bleib bei uns. Wir werden alle hier wieder treffen. Gut, Glückwunsch. Tür zu. Ja, wenn es doch immer nur so simpel wäre. Okay, ich würde sagen, was da so passiert und wie wir an eine Batterie kommen und ob die anderen zurückkommen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß und tschüss.